Der Nanox 9500 HDC ist ein High-Performance-Kabelreceiver für SD und hochauflösendes Fernsehen, nämlich HDTV mit Festplattenoption. Als erstes sticht das bestens lesbare Dot-Matrix-Display ins Auge. Kanäle sowie Menüfunktionen werden angezeigt, besonders wichtig für Radioliebhaber, die nun den TV-Monitor ausgeschaltet lassen können. Über sechs Tasten am Gerät kann der Nanox 9500 HD komplett gesteuert werden. Ein Kartenleser für Konax und X-Script sowie zwei CI-Schächte stehen für Pay-TV-Angebote zur Verfügung. Auf der Rückseite zeigt er bereits Qualitäten. Neben dem RF-Eingang für das Kabelfernsehsignal mit Durchschleifmöglichkeit befindet sich ein USB 2.0-Port und die RS-232-Schnittstelle, die ein einfaches Software-Update gewährleisten. Wegen der einfachen Bedienung und der Schnelligkeit wird natürlich der USB-Port bevorzugt. Im täglichen Betrieb dient dieser Port dem Anschluss einer externen Festplatte oder einem MP3-Spieler. Mehr dazu später. Analoges Video und Audio gibt es über Chinch, SVRS bzw. zwei SCART-Anschlüsse. Für den Beamer wurde an einen Komponentenausgang gedacht. Der HD-Ready- oder Full-HD-Flachbildschirm wird verlustfrei an den HDMI-Ausgang angeschlossen. Das dafür nötige Kabel ist im Lieferumfang enthalten. Für den guten Ton sorgen jeweils ein koaxialer und ein optischer Audioausgang. Verbindung mit dem Internet nimmt man über die Ethernet-Schnittstelle auf. Ein Netzschalter rundet das Bild des Nanox 9500 HDC ab. Bei der Fernbedienung fällt der angenehme Druckpunkt auf. Alle wichtigen Tasten sind mit dem Daumen bequem zu erreichen und sind darüber hinaus komplett beschriftet und zusätzlich farblich abgehoben. Alle Festplatten-Funktionen lassen sich problemlos steuern. Da sich die privaten Kabelnetze zum Teil doch sehr unterscheiden, sollte ein Suchlauf durchgeführt werden. Entweder als automatischer Suchlauf oder manuell. Und hier zeigt der Nanox bereits, dass er einen sehr eingangsempfindlichen Tuner besitzt, der sogar einen Blindscan in Kabelanlagen erlaubt. Mit Suchschritten zwischen 1 und 16 MHz. Ein bisher noch nie gesehenes Feature bei einem Kabelreceiver. Wichtig immer dann, wenn ein Kabelanbieter nicht ganz normgerechte Frequenzen nutzt. Bei der Menüsprache zeigt sich der Nanox 9500 HDC Polyglot und unterstützt 21 Sprachen. Videotext und Untertitelsprachen lassen sich individuell konfigurieren. Auch bei den Videoeinstellungen bietet der Receiver alles, was man braucht. PAL und NTSC 576i, 720p sowie 1080i stellt er einwandfrei dar. RGB, S-Video und Komponentenausgang für den Beamer entweder als 4 zu 3 oder 16 zu 9 Format. Letterboxd, Pan & Scan, Vollformat oder gemischt bieten für jede Situation das gewünschte Bild. Über den SPD-IF-Ausgang greift man wahlweise den Dolby Digital oder PCM-Ton für die digitale 5.1 Surround-Sound-Anlage ab. Bis zu 40 Timer-Events kann der Nanox 9500 HDC verwalten. Praktischerweise lassen sich die Wunschsendungen aus dem EPG direkt übernehmen. Kein mühseliges Eintippen von Start- und Endzeit. Manuell funktioniert es natürlich auch. Im EPG ist nun ein R sichtbar für die programmierte Aufnahme. Sofern im Standby angewählt wurde, schaltet sich der Receiver nach einer Timer-Aufnahme automatisch ab. Alle Aufnahmen erscheinen übersichtlich in einer Liste. Selbstverständlich können die Dateinamen nach Belieben editiert werden. Bei möglichen 10.000 Kanälen möchte man vielleicht den ein oder anderen Sender verschieben, umbenennen oder auch löschen. Kein Thema mit dem Nanox 9500 HDC, da ein Zugriff auf ein Edit-Menü nicht nötig ist. Einfach die OK und die Optionstaste drücken und man hat einen direkten Zugang auf die Edit-Funktionen. Alle Menüs sind übersichtlich und ohne Anleitung zu meistern. Auch der Jugendschutz wurde nicht vergessen und so können bestimmte Sender gesperrt werden. Um rasch einen bestimmten Sender zu finden, ordnet der Nanox die Sender alphabetisch nach Anbieter, Frequenz oder Videomodus. Der EPG ist großzügig bemessen und liefert in 256 Farben hoch aufgelöst detaillierte Programminformationen bis zu sieben Tage im Voraus. Dabei läuft das aktuelle Programm in einem Fenster, sodass man niemals etwas versäumt. Doch warum sich nur auf einen Sender beschränken? Der Nanox 9500 HDC stellt sogar bis zu sechs Sender als Mosaik dar. Ein automatischer Zapping-Mechanismus macht's möglich. Und wenn das Programmangebot noch so groß ist, Langeweile kann aufkommen. Für diese Zeiten bietet der Nanox verschiedene Videospiele an. Da der Nanox 9500 HDC über die eingebaute USB 2.0-Schnittstelle eine externe Festplatte steuert, können im PVR-Menü Einstellungen wie die maximale Aufnahmezeit oder Timeshift-Dauer festgelegt werden. Die Timeshift-Funktion ist ein hilfreiches Feature. Kommt es beim Fernsehgenuss zu einer Unterbrechung, zum Beispiel durch einen Telefonanruf, wird einfach die Pausentaste gedrückt. Ist das Telefonat beendet, reicht ein weiterer Druck auf diese Taste und schon läuft das Programm ab der Unterbrechung weiter. Ganz wichtig, die Festplatte kann manuell gestartet werden und wird somit geschont, da sie nicht ständig mitläuft. Im Menüpunkt Netzwerk findet sich ein weiteres Highlight dieses Receivers. Über die Ethernet-Schnittstelle wird eine direkte Verbindung zum Internet aufgebaut, sofern der heimische Router DHCP unterstützt. Ansonsten bleibt immer noch eine manuelle Konfiguration. Sobald der Nanox sich mit dem FTP-Server verbunden hat, bietet er PDF-Files, Bilder, Software und Kanallisten für mehrere Länder an. Ein Software-Update war noch nie so einfach. Software anklicken und der Receiver macht alles weitere von selbst. Einfach genial. Die neuen PVR-Funktionen erlauben beim Abspielen von Aufnahmen das Überspringen von ganzen Werbeblöcken. Einfach mit den Tasten Plus oder Minus vor- bzw. zurückspulen. Noch einfacher geht es durch das Setzen von Bookmarks. Übrigens bleibt der komplette EPG-Text bei Aufnahmen erhalten. Praktisch für eine schnelle Inhaltsangabe. Alle verfügbaren Tonspuren, egal ob Dolby Digital oder Sprachen, werden aufgezeichnet und lassen sich auf Wunsch abrufen. Eine Besonderheit des Nanox 9500 HDC, zwei Programme können gleichzeitig aufgezeichnet werden oder nur ein Programm aufnehmen und ein anderes ansehen. Die Timeshift-Funktion bleibt selbst hier funktionsfähig. HDTV, USB 2.0 PVR, Ethernet RJ45 2x CI, ein Kartenleser für Konax und X-Script, 10.000 Programmplätze, zwei SCART, 256 Farben-OSD, alphanumerisches Dot-Matrix-Display, USELS, S-PDIF optisch, 7 Tage EPG. Der Nanox bietet hervorragende Features und liefert gestochen scharfe Bilder mit brillantem Ton. Die Festplattenfunktion erlaubt verlustfreies Aufnehmen von HD- und SD-Inhalten. Auch die SD-Sender profitieren von dem HDMI-hochskalierten Ausgang und sehen so scharf aus wie noch nie zuvor. Über die USB-Schnittstelle ließe sich auch ein MP3-Spieler anschließen, um den Nanox 9500 HDC als Multimedia-Terminal zu nutzen. Software-Updates über den eigenen FTP-Server von Nanox waren noch nie einfacher und somit verdient der Nanox 9500 HDC das Dr. Dish-Gütesiegel für eine wirklich ausgezeichnete Set-Top-Box für den digitalen Kabelempfang.